Heute ist der 18.12.2023 und damit herzlich willkommen zum Unser-Sammler-Team Adventskalender. Heute starten wir in die letzte Woche vor Heiligabend. Freut euch also noch einmal auf viele, viele tolle Figuren und Überraschungen hier im Adventskalender 2023. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Jetzt also in die letzte Woche vor Heiligabend. Morgen sehen wir uns natürlich hier wieder im Unser-Sammler-Team Adventskalender. Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut. Freut euch. Untertitelung des ZDF, 2020